Wie am Anfang mit den Keulen schon ziemlich hoch bewertet wurde. Ich denke mal, das liegt einfach damit zusammen, dass hier einen sehr, sehr hohen Ausgangswert hat. Weil die tun wirklich sehr, sehr schwierig. Dafür sind die russischen Gymnastien bekannt, dass sie sehr, sehr schwierige Elemente machen und immer einen Ausgangswert am besten von 10,0 haben. Das hat sie sehr gut gelöst. Ja. Aber Kampfrichter sehen einfach alles. Also sogar das hier ist ihnen aufgefallen. Tja, nochmal ein wunderschönen Element zum Schluss. Sehr außergewöhnlich.